Ja, man kann garantiert noch besser vorgehen. Aber man braucht erst die passende Ausrüstung dafür, finde ich. Schallgedämpfte oder was und dann geht es endlich ab. Doch ist nicht wirklich eine Polizei da. Wahnsinn, warum haben wir keine Polizei? Irgendwie ist da auch nichts in der Ecke. Wir sind schon draußen. Oh, draußen. Da. Die lassen jetzt gar nicht reinkommen. Gute Taktik. Bloß ruhig da und auf dem Boden bleiben. Nicht bewegen, nicht einen Millimeter. Könnte ganz fies enden. Kostet 3000, wenn wir so einen killen. Geld hätten wir auch dann besser investieren können. Der ist schon dran an dem Bora. Ich sollte eigentlich bei ihm bleiben. Die sind da oben. Das passt. Ich bleib bei ihm. Und dann haben wir es eigentlich schon. So. Du möchtest auf den Boden. Down on the fucking ground. So, Hände gefesselt. Fuck yeah. Läuft Bora. Hat noch 60 Sekunden. Oh. Hallöchen. Kommen die nicht hier rein, weil die wissen, dass hier so eine Mine ist? Wäre ja echt interessant. Der sitzt hier mitten in der Tür. Ich kriege den gar nicht tot. Schieß die von oben, oder was? Irgendwie. Move, 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 move. Verreckst du jetzt mal. So. Ich schieße jetzt das Ding leer. Kann ich schon mal hier die Munition aufsammeln? Wunderbar. Wenn auch nur ein paar Schuss. In 30. Nice. Down on the fucking ground. Wir müssen so ein Lied singen. Down on the fucking ground. Down on the fucking ground. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen schöner gestalten. Nicht immer so schreien und agressiv. Wir wollen ja nur die Kohle. Na, ich hab mir das gemerkt. Moins. Moins, meins, 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 meins. Aber wir teilen uns das alles, ey. 291 Sekunden. Ich setz mich am besten hier in der Ecke. Ohne Mist. Hier in der Ecke. Warten jetzt einfach hier in der Ecke, bis die hochgelatscht kommen. Die kriegen sowas von einem geballert. Das ist eine ziemlich gute Ecke hier. Oh, ja. Oh, shit. Die sind unten. Oh, mein Gott. Geht er aus dem Weg? Die befreien die wieder. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wenn jemand gefangen genommen wurde, können wir den austauschen durch eine Geisel. Komm von hier. Ist eindeutig explodiert. Normale Polizei, nicht wirklich SWAT. Stecken auch nicht allzu viel weg. Fallen wie die Fliegen. Ab ihn. All of you. Lass die Gang jetzt hier reinkommen. Liebe die Feuerkraft der AK. Ey, bleibst du hier? Ist nichts mehr da bauen. So, sicher, sicher. Right now. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ecke, Ecke. Links, links. Kill the Sniper. Sehr schön. Immer noch so lange. 196 Sekunden. You're coming. So sieht's aus. Ab auf den Boden. Schießt eine Ausfälle in die Fresse und verliert 3000. Ding. Ding. Holy shit. Weg von meinem Bohrer. Oh shit. Der ist wieder rausgeflogen. Gibt's ja gar nicht. Leute, Leute. Fixt eure Connections. Alles muss immer super, tip top und zuverlässig sein. Kann ja mal passieren, aber. So ist es nun mal. Okay. Fuck, ich seh die Sau. Ah, mein Gott. Nee, der blendet ja richtig ein mit dem Tisch. Der war aber garantiert dafür verantwortlich, dass der alles kaputt ist. Und läuft. Und läuft. Ja, ein bisschen überrascht. Kein Sniper. Hat er wahrscheinlich schon gekillt. Oh, Hallöchen. Wir kriegen Besuch. Was? Why? Da. Ha, 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 ha. Wusste, die kommen hier rein. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Weiß nicht, von wo du herkommst. Ist mir auch egal. Zivi. Nicht, dass ich wüsste. Ich guck mal. Mir fehlen Kabelbinder. What the fuck? Bleib auf dem Boden. Ich glaub, die haben die schon befreit, die ich festgenommen hab. Sollte ich mir besser die Position von denen merken. Die Munition wird auch immer mieser. Ich bleib jetzt hinten. Der ist gleich wieder da. Leider nicht. Fuck! Oh mein Gott, fuck, 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 fuck. Fuck! Oh, das Ding läuft wieder nicht. Böse! Nice, das ist gut. Machen wir... Der ist schon wieder da. Puh. Oh mein Gott, lass das Ding doch endlich aufgehen. Wir müssen hier gleich wieder reinkommen. Mir geht langsam die Munition aus. Zum Schluss wird das immer trickier. Man muss echt aufpassen. Hier liegt noch einer. Das ist gut. Okay. Äh. Hu-h-h-h. Rampin. 49 Sekunden noch. Noch jemand hier drin? Nope. Buh-buh-bäh Haben wir Ich glaube irgendwie ist er schon tot runtergefallen Na, wie viel noch? Zehn Sekunden noch. Null, zehn. Zeig. Oha. Give me some stacks. Give me some stacks. Raus hier. Wir sind voll am umpeln. Richtig schwer beladen. One minute. Okay. Nur über Leben. Krieg ich schon irgendwie gebacken. Irgendwie. Der kommt garantiert nicht von hier. Der kommt nicht von hier. Oh. Ich laufe euch hinterher. Geld ist ganz schön schwer, ne? Illegaler Pokertisch im Hintergrund. Oh, Alöchen. Boah, Alöchen. Oh mein Gott. Jetzt kommen die richtig schwer gepanzerten. Boah, war das knapp. Da sitzt einer. Ich seh dich. Munition ist gar nicht mal so knapp. Sollte eigentlich passen. Immer schön low bleiben. Hier, 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 hier. Oh, der ist im Bedrängnis. Ich wusste es. Oh. Was denn noch einer? Mein Gott, ne, zu viele. Fuck, wieso? Komm schon, Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, von wo der schießt.